Aktuell wohne ich mit meinem Trainer Jan Steuermann und meinem Zuspieler Jonas Kuhn hier in Rottenburg. Wenn wir gewinnen den ersten Satz, dann kriegt ihr die Punktedifferenz am Ende in Stiefel von uns gezeigt. Was für eine Chance haben wir, die scheiß Strategie aufzusteigen. Dass die Spieler hier dann auch wirklich die Chance kriegen und nicht wie in anderen Vereinen dann eben draußen sitzen dürfen und üben, wie man klatscht. Ich krieg das heute hin. Also die bessere Annahme hat wahrscheinlich er, muss ich gestehen, aber ich bin da dran.